Spielt ihr mit VR-Brille auf, oder? Äh, ich schon. Also erstmal die Sensi. Ich muss die Sensi umstellen. Oh, 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 oh. So, erstmal die Textur hinladen lassen hier. Oh, weia. Okay, das Ding ist ja immer ne Map. Ey, Kalle, du musst doch mal schön hinten bleiben. Ja, ja. Ich hab aber auch hier so ne Frackel. Okay, das sieht wild aus. Soll ich mal vorgehen? Ich hab ein Schild. Warte doch mal, der Hanno ist doch noch gar nicht so weit. Achso, okay. Also. Ja, ja, ja. Ich hab ein Schild. Kann ich das wieder abbrechen? Ich glaub, ist ja beide Range, oder? Ich hab Angst, ich kann das nicht mehr abbrechen. Äh, E. Chainlighten. Auf Q kann ich schneller rennen. So, dann seht ihr auch die... Boah! Alter, Alter! Die Lebensbalken der beiden. So. Wollen wir? Kostet nicht das Mana? Hast du irgendwo ne Mana-Anzeige? Auf Q und E habt ihr's selbst, ne? Ja, 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 ja. Ja, wollen wir loslegen. Ich wollt grad sagen, ob ich vorgeben soll, weil ich ein Schild hab. Aber gut, dann machen wir's. Ich schließ mal kurz, ich massier mal kurz das Holz. Ja, ja. So. Oh, 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 jetzt wird er erwischt. Kann man das aufheben? Kann man ihn looten? Oh, der Schwert? Schade. Okay. Oh, 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 oh! Zombie! Mach ihn weg! Hab ich, hab ich, hab ich! Oha! Kann er schießen? Ja, ne! Du doch nicht aus! Äh, von rechts kommt einer! Von rechts kommt einer! Ich schieß den ab! Oh, ich hab den abgeballert! Das ist ein Spieler! Ich hol ihn! Ich hol ihn! Oh mein Gott! Ich hab den Spieler einmal gehittet! Oh mein Gott! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Ah! Kalle, schieß! Oh mein Gott! Oh mein Gott, warum stirbt der nicht? Hey, Kalle, der, der Brie stirbt nicht! Ja, ich seh's! Oh! Jetzt aber! Kann ich euch Damage machen? Ja, natürlich! Oh ja! Scheiße! Ey, hör auf! Oh mein Gott! Okay, sie liegen! So, hier, schaut ihn euch an! Ich hab den Spieler so weggebrezelt! So! Na, das ist mein! Hey, ich hab den gekillt! Nee! Ich hab den gekillt! Ich geh erstmal beden! So! Ich glaub, wenn man Fred... Ihr müsst mal auf euer Leben achten, Leute! Ihr seid beide halbtot! Ihr seid erstmal direkt am Looten! Richtige Opfer! Hä, Digga, was machst du? Was, was... Ja, klar! Soulheart Ragnarok! Only Teammates can... Scheiße! Potion of Speed! Aha! Und eine kleine Axt dabei! Und eine Fackel! Geil! Wir haben ihn so ausgenommen! Hä, aber seine Waffe, können wir nicht? Doch! Seine Axt habe ich mitgenommen! Ne, wie ist hier noch? Ist der Ultra das geile Game! Candy Cane! Candy Crush! Warte, also... Der Spieler... Tut mir ja leid, ne? Aber der Spieler so zerberstet! Wallah! Ich bin jetzt Half-HP, hab ich gemerkt! Also... Ja, Henno, du auch! Aber kann die Mumien auch looten bei The Way? Oh! Das Ding ist... Oh! Das war ja schon... Ein Emerald! Der ist bestimmt viel wert! Was ist das hier? Diamond! Ich habe einen Crack Diamond! Hab ich hier... Lieber Twitcher, hab ich hier einen Arsch? Oh, Leute! Die Zone kommt! Ah, die Zone kommt! Was? Zone?! Äh, wo gehen wir lang? Komm mit, komm mit, komm mit! Nein, Kalle, stell dich! Junge, was machst du?! Ja, ich komm, ich komm, ich komm! Lauf! Ich komm, ich komm, ich komm! Ah! Hier ist einer! Ich hab dich leider gehittet! Ah, den mach ich jetzt weg! Ich komm, ich komm, ich komm! Ich bin down! Hey, der hat ja gewartet auf uns, die Sau! Ich habe gefickt! Das ist ein schönes Ding! Schönes Ding! Mach auf! Mach du auf! Ah! Kalle! Ich muss erst mal mein Brot essen! Du hast ein Brot! Kalle, ich sterbe! Kalle! Kalle! Auf! Kalle! Wir sind jetzt noch gar keine Tür, oder? Scheiße! Ich muss noch weiterlaufen! Ja, aber warum gibt's denn hier so ne Zone so ne Scheiße? Was ist das denn für ein Quack? Ja, so eine Zone ist ja echt scheiße! Das hab ich auch überhaupt nicht gecheckt gerade! Ich dachte, es wäre wie... Junge, da war ne Trap-Truhe! Warum stirbst du denn nicht? Ach, unten rechts ist ne Karte! Ja, ja! Ich hab noch ein Brot! Das knall ich mir noch mal rein! Ja, Digga, heil dich gegen! Das ist ja der Hammer! Alter, meinst du ja richtig stark! Dann schaff ich's noch raus! Okay, also es gibt jetzt schon einige Erkenntnisse! Das ist doch schön! Ja, das ist doch wichtig! Guck mal hier, rechts ist ein kleiner Weg steht auf der Karte! Ja, ja! Hier, hier irgendwo! Ja, ja! Guck da! Knack! Hau gegen! Minecraft! Beten! Da kannst du dich heilen! Oder? Hä? Need more help! Scheiße! Ja, geil! Aber wo kommt da so ne Zone, Digga? Return to Lobby, oder? Ja, ja! Okay, also Zone ist ja shit! Warte mal! Okay, kannst du mich gleich einmal testweise hauen, wenn ich mit Schild blocke? Ich will wissen, ob ich vollen Schaden kriege oder nicht, oder? Ja, mit Schilden kriegst du keinen Schaden. Glaube ich. Ne? Ja. Trotzdem, mal gucken, weil die Skelette haben auch geblockt, und ich konnte die komplett durchdamagen. Oder ich hab irgendwie dann eine... Oder ist irgendwie Hitbox auch mit dem Schild, dass wenn man den Kopf zieht... Okay, äh... Hau mich bitte einmal! Oh Gott, ne. Ja, okay. Okay. Jut. Ja, will ich vorgehen. Du hast einen krassen Stab aufgeholt. Ne, krass! Okay, dann, äh... Wir beide gehen voran, Digga. Ja. Jetzt wird geböllert. Schließ mal auf. Ich sag... Oh, 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 oh. Fledermäuse, lass die reinkommen, lass die reinkommen. Wir boxen die zu zweit. Oh, die schießen, die schießen. Schieß sie ab, Kalle. Schieß sie ab, Digga. Hier mal ein Schildball. Oh, schönes Ding, Harry. Ja. Schönen Luten. Vielleicht können wir die auslutschen. Wir müssen runterhüpfen. Wir müssen runterhüpfen. Da kommt noch eine Libelle von rechts. Mach die erst rechts weg. Rechts kommt eine Libelle. Kannst du wegdingsen? Genau. Ich seh die nicht. Ich seh die nicht. Hinter der Säule gerade. Da hinten ist auf jeden Fall ein Unto da. Okay, pass auf. Dann geh ich jetzt runter, ja? Ich geh auch runter. Ja. Let's go. Okay, lass dich bitte alle zusammenführen. Ich mach auch... Der ist vergiftet. Naja, der, der, den du gerade angegriffen hast. Oh shit. Okay, sehr schön. Hinter uns ist noch einer. Hier ist eine Giftfolge, nicht einer. Ja, ja, ich... Wo ist der Spieler? Weißt du das, Kalle? Der ist umgefallen gerade, glaub ich. Oder ist er gestorben? Du bist gestorben. Ja, der war da hinten auf der Trippe. Okay. Keine Gefolge mehr. Schön. Nicht schön. Na, so läuft der Lack. Jetzt ist es viel besser so. Ich hör ne Mücke. Oh, schöner Schuss, Kalle. Ja, ja. Ach guck mal, da auf der Brücke sind. Da auf der Brücke sind. Hier oben ist noch ein Skelett. Ja, ich hau denen schon die ganze Zeit die Pfeile in die Fresse. Ich mach hier mal eine Kiste auf. Okay. Wie viel tanken die? Das passt nicht. Bleh! Waaah! Okay, es ist ein bisschen dunkel. Kommst du so runter, Kalle? Ja, es ist sehr dunkel. Aber wir haben ja die hier. Ist die Pfeil damage? Ne. Also ich hab keinen bekommen. Nö. Alles süd. Hier drüben sind auf jeden Fall noch welche. Lass bitte erstmal in die Zone. Hier ist die Druckplatte. Was passiert? Vorsicht. Wir sind überall auf Pfeilen und so. Hier, es kommt ne Treppe. Da oben sind zwei Truppen. Oh, lol. Kalle, da kommen Gegner auf dich zu. Komm mal zu mir. Ja, komm mal. Hinter dir ist ein Gegner. Kannste abschießen. Ich knack auf den Lager. Ah! Ah! Oh mein Gott! Wir machen erst den Dings hier. Das ist ne Fallentruhe. So ne. Wie bei Dark Souls, ne? Oh, 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 oh. Gift, Gift, Gift. Oh, die hat voll erwischt. Jo. Kann ich gleich heilen. Ja, in die Ruhe. Schön. Ab ihn. Kann ich die abschießen? Ist die Truhe tot? Ne, die Truhe lebt noch. Das ist ja geil. Schön. Alter, das Spiel. Ich glaube, wir müssen in die Zone. Ja. Ja, ja, ja. Dann lass mal gehen, bitte. Oh mein Gott. Ich versuch die Truhe noch. Ja, ja, ja. Ich würde wahrscheinlich in den Loot hier noch looten. Let's go, let's go. Hier sind Mücken, wir müssen jetzt los. Okay. Okay. Dann lass uns Abfahrt machen. Oh mein Gott. Lieber lass uns wieder den Loot von den Spielern dann klauen, wenn wir die holen. Okay, Max. Ich bin bei dir. Ich werde hier komplett beschossen. Ja, ja. Ich bin bei dir. Mach erstmal die Mücke. Die Mücke tot. Instinkt. So. Weg mit ihm. Okay, jetzt sind wir in der Zone hier. Ja? Okay. Ich mach hier die Truhe auf. Ja, so läuft viel besser. Ja, ich glaub... Ist ja ultra geil. Ja, 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 ja. Okay, hier ist noch ein Schild drin und Hosen. Oh, die Libelle hat natürlich... Oh mein Gott. Ranger. Ranger, wo? Oh, Ranger. Und zwei Barbarenwaffen. Ihr müsst hier oben auf der Brücke... Hier in der Truhe ist ein Ranger-Schild. Das kannst du aufstellen. Ja, ihr müsst hier oben auf der Brücke gucken, wenn ihr hier rauf geht. Hier sind Spikes auf dem Boden, wenn ihr da durchgeht teilweise. Ja, ja. Da müsst ihr aufpassen. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich hier in der Mitte hoch. Weil die Zone kommt gleich hier über die Brücke rüber. Ja. Da müssen wir jetzt schnell rüber. Okay. Good to know. Wir müssen da oben zur Tür. Oder da in die Tür. Ach komm, wieder hoch? Ja, ja klar. Okay. Seid ihr ready? Ja. Ja, ja. Okay, ich mach mal auf. Knack auf. Gucken, ob ich einen Pfeil in den Hinterkopf krieg, Diggi. Ich hoffe nicht. Okay. Ich kenn die Fackel werfen. Cool. Mach mal die Tür zu. Hier links zwei Leute. Seid vor mir. Menschen? Ne. Lass mich mal durch, Kalle. Was machst du da, Kalle? Halt mal schön! Ah! Ja, warum? So, Achtung! Ich mach... Ja, weil du mich sonst... Da haust. Okay, ich geh mal... Ich mach euch mal ein bisschen Platz. Okay, ich hack hier, Tobi. Klappe. Schön. Schön, schön, schön. Oh, von hinten, von hinten. Ah! Ich brenne. Ne, 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 ne. So ein Bogenschützen-Zombie. Das ist so eng hier. Das ist alles wirklich sehr eng. Keine Durchschnitte durch, ja? Okay. Naja. Lass mich nicht zurück. Ich muss mich heilen gleich. Das Gift verfolgt mich! Ne, irgendwer blockt mich hinter mir. Oh mein Gott. Ich bin leider hier ein bisschen abgehört. Au! Ich bin gerade ein bisschen abgeschirmt, leider. Warum kommt denn das Gift mir hinterher? Jo, das hat irgendwie ein Selbstbewusstsein. Okay. Okay, wir sind alle sehr low. Ey, warte, ich kann uns alle heilen. Kurz Ruhe. Bewahren, dann... Warte, ich bin hier ein bisschen abgeschirmt vom... Vom Gift. Ja, das Gift verfolgt mich. Ja, das Gift verfolgt mich. Ja, schon. Ah, jetzt hat's aufgehört hier. Ja, ich warte... Ich kann sterzig sonst heilen, aber lass dich auch looten. Ich warte, bis das gleiche aufhört hier. Vorsicht, das hier. Du gehst den Weg, Max. Okay, sorry. Im Problem. Das Gift rennt hier noch... Explosive. Oh, 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 oh. Nicht vergiften lassen. Neuer Bogen... Oh ja, der hat viel mehr Damage. Hast du einen neuen Bogen? Ja. Geil. Irgendwo war ne heftige Rüstung. Die hätte ich eventuell... Die lag im Wasser, glaub ich, wie du meintest. Also da lag vor uns und ist eine. Hier, hier, hier oben. Marauder-Outfit. Oh, hier macht jemand die Tür auf? Echt? Ich glaub, da hab ich gerade was gehört. Ich hab hier oben was... Ich loote hier oben grad was. Also... Hier ist übrigens ne fette Rüstung auf dem einen Buddy. Ah ne, das ist ein Skelett. Für die Klasse Rogue. Ah, schade. Was ist da? Ne krasse Rüstung. Okay, äh, wo wir mal lang? Erstmal hier alles looten. Unten sind so Käfige. Könnten wir machen, ja. Wir sind auch noch in der Zone, also wir hätten Zeit. Aber ihr müsst aufpassen, die sind überall fallen. Ja. Ja, ich hab nur gerade die... Weißgrosse gelootet. Äh, hier wär noch ne Tür, da sind... Es ist ein Skelett auf der Rechenrein. Ja, hier hinter sind Skelette. Hier hinter sind Skelette. Okay, dann lass uns nach unten. Max, wenn du wieder heilen kannst, sag Bescheid. Ich... Ich brauch... Vielleicht nen kleinen Tucken. Äh, ich kann nicht mehr heilen. Okay. Äh, also gerne verbinden oder so. Okay. Ich guck mal, wie ich das finde. Okay, hier ist ein Skelett. Ich weiß nicht, ob der jetzt aufsteht, wenn ich's aufmach. Nee, ich glaub, ist der nicht so aus. Nee. Hier sind einfach Münzen auf dem Boden. Geil. Silver Coins. Hallo, gönnt euch. Gerne, gerne. Oh, Bandages. Nice. Äh, auf welcher Tasse war das? Nein. Potion of Protection. Auch nicht schlecht. Äh, wie, wie... Ach so, zwei. Nee, hä? Bandage, die du fängst so gut. Ach doch. Was denn? Man kann die... Man kann die Leichten auch umdrehen. Umdrehen? Man kann die andere Tasche gucken, glaub ich. Was? Ich hab das jetzt richtig verstanden hab. Ich konnte die jetzt so reverten. Oh, lol. Und die Shift und F drückt. Dann dreht ihr die um und dann könnt ihr die nochmal looten. Krass. Okay, ich geh... Okay, ich war... Ich krieg die ganze Zeit Equipment für Baba. Ja, man kann's ja auch verkaufen dann. Ja, ja. Ach so. Kommst du mal mit hier? Nicht, dass die Leichten 80.000 Leute sind. Wenn ihr noch ein Schwert habt oder so ein Quatsch... Hier ist ne... Truhe. Mit... Mit Shift, ähm... Geht man langsam. Übrigens. Ja. Oh, hier ist auch ne Truhe. Ich mach die Truhe kurz auf. Könnte so ne... Schone kommt demnächst. Äh... Hast du gar nix zum heilen? Hier war ne Trap. Ah! Oh mein Gott. Ne, irgendwas ist hier. Geil. Ich hab Handschuhe gefunden. Handschuhe. Geil, mach ihn weg. Ja, die Runde läuft doch gut. Ja, kannst du gerne looten. Ähm... Oh, der hat nen Zauberhut. Okay, wenn man hier reinkommt, kommt nicht hinter mir rein. Hier wurde irgendeine Trap ausgelöst. Okay. Irgendein Schwerpunkt aus der Wand. Ich hab hier was an der Tür gehört. Oh, Kalle. Äh, hier ist... Hier ist was für dich. Äh, ein... Eine Bärenfalle. Kann Ranger benutzen. Ja. In der Truhe hier. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, dass hier jemand umläuft. Oh, geht die Tür ab? Ja. Oder was tut es? Ne. Ich hab hier was aufgemacht. Ah, ist verstärzig. Okay, lass hier hoch in die Zone. Oh, äh, hier ist... Oh, scheiße. Hier ist eine Trap. Hier sind Spikes auf dem Boden. Ja? Ja, hier sind Spikes auf dem Boden. Tsch. Okay, geil. Dann müssen wir uns... In die Zone. In die Zone, komm. Ja. Ja, wir sind drin. Alter. Ja, das gibt dir, glaub ich, mega Debuffs. Hä? Wo tue ich das aber rein? Ja. Gute Frage. Und hier ist noch eine Mütze für dich, Max. Okay. Ich bin jetzt hier oben irgendwie. Ihr seid unten? Oder? Auf dem Buddy hier. Leute? Äh, wir sind unten hier. Hier drin, Max. Irgendwie oben. Was ist da drin? Eine Mütze für dich. Oder ein Helm. Geil. Wie kommt man hier durch, ohne Damage zu kriegen? Äh, springen seitlich drüber, glaub ich. Achso, einfach rüberspringen. Oh, wow. Ja. Okay, wollen wir da rüber, oder? Ähm. Ja. Ich mach... Ah! Sorry. Wir müssen hier durch und dann links. Okay. Okay. I'm ready. Dann... Ich... Ich... Waffe mich mal. Ist noch ein Stück rot. Oh, mit E heil ich mich. Hä? Hat das jetzt geklappt? Hä? Ah ja. Krass. Okay. Abfahrt. Okay, jetzt bin ich ready. Alter, Kalle mit seinen drei Pfeilen. Ich mach mal auf. Ja. Leere und durch. Ich bin gegen die Tür. Er ist hinterstuck. Ich krieg übel, der mich auf dem Boden ist eine Spinne. Ah! I! Ich bin weg. Scheiße. Die konnte durch mein Schild irgendwie hoffen. Ich hab sie. Ich hab sie. Äh, in mir drin ist Ultra, so ein lilanes Buch. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Jetzt könntet ihr zumindest das lilanes Buch mitnehmen. Und dann musst du direkt hier durch die Tür. Ja, so bist du in der Zone. Hier liegt ne Lady rum. Die man übelst looten kann. Okay. Ich mach hier noch die Tour auf. Ja, schade. Portal has appeared. Fünf. Fünf. Hier sind auch Schuhe. Ja, dann knack auf. Ja, lass sterb sich doch voran gehen. Ah! Ja, das ist jetzt ärgerlich. Opening Portal. Lass sie rauskommen. Lass sie rauskommen. Lass sie rauskommen jetzt. Lass sie rauskommen jetzt. Lass sie rauskommen jetzt. Ja, gut. Ich bin... Wo bin ich? Du hast Invisible-Tank. Drück 4 und trink das. Ich lau. Okay, ich bin hier. Ich kann mal falsch. Ich kam... Ich kam nicht an den vorbei. Das ist ja richtig beschissen. Ja, ja. Naja, genau. Aber... Scheiße. Du hättest auch vorangehen sollen, denk ich. Und dann ruhig... Das war halt sehr unkoordiniert grad. Wo ist Kalle jetzt? Ich bin irgendwie in das falsche Portal scheinbar gegangen. Ich bin irgendwie in der Hölle oder so. Aber ich kann auch mich nicht mehr bewegen. Oh. Ich glaub ich bin tot. Nee. Nö, ich glaub das ist so. Du hast überlebt. Ich glaub du bist ein Kommen. Das war richtig. Nee, die schreiben alle blau zum Escape und rot für die Hölle. Und jetzt bist du in der Hölle. Jetzt bist du in der Hölle. Ja, äh. Viel Spaß. Das Twitch hat das jetzt sagt, ne? Also... Was heißt das denn jetzt? Du bist jetzt vielleicht einfach in der nächsten Ebene oder so. Ach du meine Güte. Glaub auch. Da rechts und wann hier Pod? Oh mein Gott. Ja, ich glaub du bist jetzt einfach in die nächste Ebene vorangeschritten. Krass. Okay, krass. Okay, alleine hast du ja gar keine Chance. Naja. Du musst halt irgendwie gucken, dass du glaub ich durchbrennst. Oh Gott, was kommt denn da jetzt? Du hast auch übrigens... Du hast auch übrigens... Das geht übrigens auch zur Zeit. Naja, ich weiß nicht. Ach du Schande, wer ist er denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Und auch die nächste Ebene hat halt besseren Loot. Bei uns. Hier links ist... Hier ist nur Schrein. Oh, hier steht ein Skelett auf. Hier rechts ist auch noch irgendwas. Scheiße, das ist eine komische Fledermaus. Ich denke nicht. Schönen. Schönen. Sehr schön, sehr schön. Okay, was ist das hier? Das kann man hier machen. Schrein of Protection. Mach ich mal. Ich glaube, dann kriegen wir einen Buff. Also einfach Schild. So wie in meiner eben. Könnte sehr gut sein. Hast du das Skelett gelootet? Ich habe das gelootet. Okay, ich glaube, du hast jetzt einen Buff. Ich glaube, wir haben das nicht bekommen. Also es ist nicht übergreifend. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier weiter gerade aus. Und sind wir in der Zone. Lass uns gerne vorangehen. Ja, hier ist... Es gibt immer so random Druckplatten hier rechts. So, da oben ist ein Fledermaus. Kannst abwagern. Ich spiele es jetzt richtig ruhig. Oh, er ist gerade gedodged. Ja, ja, ich hab's gesehen. Peinlich. So. Ah, hergerlich. Ich hab den noch getroffen. Ah, super. Schönes Ding. Okay, jetzt kommen sie. Der ist jetzt sauer. Oh, ihr müsst ihn mal eben hauen. Oh, der ist durch. Wieder durch. Schönes Ding. Schön. Da kommt der Nächste. Oh, der geht auf Kalle. Ja, der war jetzt richtig sauer auf Kalle. Okay, da oben sind noch auf jeden Fall zwei. Nein. Oh, Bandages. Nice. Ja, kannst du noch weiter ballern. Wir können ein bisschen reingehen. Habe ich unendlich Munition, Chat? Ey, was hängt da oben? Das sieht aus wie so ein riesiger... Also das ist auf jeden Fall ein krasser Raum. Warte mal, da ist ein Fledermaus. Lass uns... Ja, ja. Schön. Boah, ich seh halt kaum was. Das ist so dunkel. Dann drück mal drei. Ja gut, aber dann hab ich ja die Waffe nicht in der Hand. Throwing knife. Und der. Ist ja der dabei. Und noch mehr Fledermäuse. Ah, hier kann man Leute wiederbeleben. Aha. Krass. Bei diesen Altaren mit weitem Licht. Sehr schön. Okay, ist ne Truhe. Mach die mal auf. Ist auch noch ne Truhe. Aber das ist, ne, geordnet. Sehr schön. Ja, ja, ja. Hier ist noch ne Fledermaus. Oh, das ist heftige Handschuhe für mich. Ja, aber auch Hilfe. Oh, gedodged. Oh, sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Spawn hier irgendwie unendlich? Oder wie ist das hier? Ich weiß nicht. Was gibt's da oben? Also hier kann man wieder... Okay. Lines, head, chest. Okay. Ich hab Wurfechse gefunden. Hier kommt noch ne Fledermaus. Hier muss man irgendeinen Skill haben. Aua. Hinter dir. Got'em. Also hier ist ne heftige Truhe oben drauf. Ja, hier sind noch mehr Truhen. Noch linksrum. Ne, also ganz oben ist so ne Fette. Und die kann ich nicht aufmachen, weil ich da irgendein Skill wohl brauch. Ja, ich hab auch nicht. Ich kann's auch nicht. Vielleicht ist das so ein Main-Target für andere. Ich hab Steps gehört von da hin. Big Lock. We don't have this. Okay. Wahrscheinlich ein Rogue. Äh. Okay. Ich hör hier Schlüssel irgendwie. Hier sind noch mehr Truhen, wenn wir auch in der Dunkelheit. Oh ja. Oder? Ich hör Steps. Hier, hier, hier kommen welche. Lass mal um die Ecke warten. Ja, ja. Und du kannst da oben mit dem Bogen. Hast du gesehen, dass da welche kommen? Ich hör da ganz klar Steps. Jajajaja. Versteck dich mal Kalle. Äh, Sterzig. Nur das Kalle sieht. Genau. Ja, da ist grad was auch nach rechts gelaufen. Was rot ist. Lass die erst reinkommen, bevor du schießt. Ja. Dass Sterzig noch nicht Zugriff machen können. Können natürlich auch NPCs sein. Ne, ne, da gehen Türen auf und zu. Kann natürlich auch hier links die andere Tür nehmen, ne? Danke. Oh. Sag Bescheid, wenn die aufgeht. Ich hab die andere Tür. Mhm. Ja, ich glaub die knacken grad gleich auf. Zone kommt. Wir müssen los. Ja, dann lass die jetzt pushen. Ja. Äh, Kalle kommst du her? Ja. Okay. Wir machen richtig Zugriff. Und mit Trap? Ich bin in der Bärenfalle, ja. Okay, die wussten, dass wir hier sind. Kann ich dich aufmachen? Ja. Okay. Wir gehen in, äh, genau. Oh shit. Ja, alles cool. Gehen die Hoppe das Kalle. Was machst du da? Du kannst dich weg, ne? Ne, ich kann nicht weg. Okay, ich heil dich. Du musst kurz nachladen. Ich weiß halt nicht, wie du weg kannst. Ich auch nicht. Ich versuch, ich versuch den zu treffen, aber es ist nicht so einfach. Okay, ich geb dir, äh, Protection. Ja, ich kann halt leider nicht hier raus. Das ist stupid irgendwie. Also wie? Kannst du's irgendwie nicht? Ne, ich kann nichts machen. Können wir die Tür nicht immer zumachen? Ah, ich kann's, ich kann's. Dankeschön. Lock einfach. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ich lock, ich lock, ich lock. Okay, und dann gehen wir drauf, oder? Du sitzt ja. Oder wir heilen erstmal. Wir heilen erstmal. Lass um die Ecke. Lass um die Ecke gehen. Ja, ja, komm zurück, zurück, zurück. Ich hab gleich wieder drei Pfeile ready. Puh! Ich kann nicht mehr heilen. Scheiße. Okay, ich geb dir Protection, Stärzig. Ja. Warte, nehm. Warte, ich, ich buff dich. Okay. Oh, den hab ich richtig erwischt. So, jetzt Zugriff. Komm. Okay, ich geh vor. Was? Vorsicht, rechts, 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 rechts. Ich bin in der Trap. Ja, ja. Komm dich an dir vorbei. Ja, du kannst ganz nah an mich ran und die Trap wegmachen. Ich hab nichts zugemacht. Bleib du an der Tür, Kalle macht mich free. Ja. Ja. Okay. Ja, die sind immer noch hier drin. Die haben noch mehr aufgestellt. Versuch euch zu heilen, wenn ihr könnt. Ja, ich kann nicht leider. Ja, nein. Hier, ich hab ne Bandage, Max. Ich hab aber auch gedroppt. Dankeschön. Ich mach jetzt mal gleich weiter. Warte noch, warte noch. Au, die, 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 die Zone. Ja. Wir müssen ja wegnehmen. Ja, ja, alles gut. Wir pushen da jetzt rein und verprügeln. Ich glaub, die haben noch mehr platziert. Ja, ja. Achte auf dem Boden, ob da Traps sind. Ich mach auf. In 3, 2, 1. Ja, das ist ein Trap. Okay, lass außen rum. Wir, wir müssen außen rum. Okay. Kommen wir außen rum? Okay. Ich seh halt nichts. Ah, weil ich außerhalb bin. Kommt hier mir nach, ne? Ja, ja, ja. Cool, cool, cool. Gegebenenfalls finden wir jetzt noch was. Scheiße. Zurück? Die müssen wir erstmal verprügeln. Leider. Ja, wir müssen halt irgendwo rausziehen. Ja, wir müssen mal verprügeln. Ja, wenn ich so nicht stehe. Ich kann jetzt nur gar nicht schießen, oder? Hey, der kommt durch. Hm. Ja, das ist jetzt schwierig. Habt ihr Helium für mich? Nee, ich hab gar nichts. Literally nichts. Nee, ich hab auch nichts mehr, nee. Ich hab nur mein Self. Ich hab grad geguckt für mich. Ja, auf meinem Minimap steht halt, dass da rechts abgeht. Könnt ihr die, könnt ihr die hier kaputt schlagen, die Dinger? Von einem Dinger? Ah, guck mal. Vielleicht ist da irgendwas zum Heilen drin. Oh, warte, kommt noch einer. Ich kann jetzt nicht mal ne Zone tanken, eigentlich. Hier ist noch einer, bitte. Okay, ich komme. Ja, wir versuchen's. Ich hab auch keinen Protektor mehr. Ja, let's go, let's go. Kann halt auch nicht spielen. Ja, wir versuchen's. Ich hab auch keinen Protektor mehr. Ja, let's go, let's go. Kann halt auch nicht sprinten, ey. Ah, alles gut. Sieht gut aus. Hey, boah, ist das close. Oh, Max. Oh mein Gott. Hier ist ne Ferienfalle. Ja, mich hat's erwischt, scheiße. Ich kann das übrigens auch selber machen. Echt? Ja. Oh, die kommen runter. Die kommen doch nicht rein. Was geht da? Das Gatter ist hoch. Hä? Oh, hier geht ne Wand auf. Ja, ja. Jo, jetzt kommt er nicht mehr zurück. Aber ich muss weiter. Ja, ja, du musst hier lang. Hä? Da geht's nicht weiter. Ach, die Scheiße. Hä? Ich bin, leider, ich hab Robber wenn ich sehen. Ich hab leider Robber. Hä, die Kalle, also. Du wirst nicht von den Kugeln glauben. Nein. Ha! Ich kam nicht vom Fleck. Ja. Das ist ja jetzt... Junge dieses Spiel, ey. Also, naja, wir haben wieder gelernt. Dieses scheiß Fallen. Das haben wir die ganze Zeit gehört. Der hat nicht, äh... Die Schlösser aufgemacht. Der hat nicht Fallen platziert. Der hat nicht Türen auf und zu gemacht. Der hat die ganze Zeit Fallen platziert. Ja, die Zone ist ein bisschen... Also, ich dachte auch erst, dass man halt Hardcore, äh... Einfach looten kann. Und dann irgendwann zu Extracting Points gehen. Das wär heftig geil. Weil die Zone... So, aber das eben war der gleiche Raum. Also, das ist die gleiche Map. Nee. So. So, let's go. Abfahrt. Okay. Es wurde eben auch geschrieben, dass es wohl nur zwei Maps gibt, aktuell. Achso. Okay. So. Okay, hier ist eine Falle. Ja, und Ruden. Aber keine Gegner, oder? Bisher noch nicht. Okay. Ich knack auf den Laden. Oh, what the fuck? Alter, Leute, guck mal. Ich glaub, Kalle hat ein Problem, er sagt... Nee, alles. Geil. Ach, nur hier ist eine Trap, ne? Schaut mal, Leute. Alter, heftig. Jetzt bist du... Der Boss. So. Kann man hier durchhauen? Ah. Ich hab ein Schwert für einen Fighter gefunden. Uh. Geil. Ich hab schon zwei Items gefunden. Walak... Schöner Zweihänder. Oh mein Gott. Alter, Zweihänder? Okay. Von dir. Also, komm nicht zu mir, hier... Ah! Wo ist er denn? Achso, die Ruhe. Mach die Truhe kaputt. So. Ah, sie ist tot. Ruhe tot. Oh mein Gott! Da ist eine Doppel-Axt drin, Alter. Für Baba. Die kann man so verkaufen, nicht. So, hier ist jetzt schwierig. Nee, aber dann müssen wir eigentlich lang. Komm mal mit. Okay. Also, hier drüber springen. Und dann hier. Hab ich aufgeballert. Oh, oh. Wer baut denn so eine... Ich seh nix. Okay, da ist ein Ebel. Zugriff, oder? Das dauert ne Weile. Darf ich mich einmal buffen? So. Ich würd mich gerne einmal buffen. Ja, aber lass mich bitte mal rein. Immer dieses Gequetsche hier in den Gang. Hä, warum willst du denn rein als Range? Ist doch stupid. Ja, aber immer hier im Gang rumstehen, ist auch stupid. Warum? Weil wir rumknödeln wie die Katastrophen. Ja, aber ist doch gut. Aber bevor wir hier reingehen... Jetzt geht doch bitte einfach durch! Nee, du musst jetzt schon sagen, dass du falsch lagst. Na gut, von mir aus komm mal rein. Jude, ich geh jetzt hier rein. Oh, hier... Oh mein Gott, ich bin wieder verrückt in den engen Raum. Oh gut, das können wir spülen. Komm mal wieder in meine Richtung. Oh, da hast du das gelettet. Nee, ich geh zurück in den Gang, kann nicht zuerst. Ich bin tot. Oh, ja. Oh, ja. Okay, die sind wirklich sehr stark. Er sind da halt nur zwei Duos. Dann denk mal an Jochen. Ja, spiel das einfach so. Die Schleswig blockt den, die kann man die ganze Zeit abballern. Okay, lass die Ball. Oh, war ja. Die kommen ja sogar hinterher, die Affe. Ja, klar. Es sind einige. Ja, ich kann... Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich weiß noch nicht. Also, Falle muss, glaube ich, Solo fließen. Ja, hier durch. Komm, Bier, zu mir. Ja, Sekunde. Ich heim mich kurz. Das ist geil, die Skelette. Ja, ich werde hier geblockt jetzt. Viel Spaß. Gleich bin ich unterwegs. Nee, bring nix. Die Viecher können einfach durchgehen und schauen. Oha, das war... Ein Millimeter an deiner Kuppertie vorbei. Okay, Kalle, bin da. Mach die Tür schon mal auf. Mach auf, mach auf. Mach auf, Kalle. Nee, jetzt kommt der Boss. Komm rein. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja... Komm durch, komm durch, komm durch. Ja, ja, ich bin da. Bin da, bin da, bin da, bin da. Das ist krass, wie man so... Türst du. Ah, jetzt kommen da noch mehr, ey. Alles gut, alles gut, alles gut. Die können ja keine Tür noch machen, wa? Schön, 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 schön. Purer Stress. Wäre das ohne Zone, wäre so geil. Ja, aber... Ja, das kommt nämlich auch noch hinzu. Wir kommen jetzt nicht mehr zurück, weil die Zone kommt. Wir können die alle nicht gut, das ist so unangenehm. Ja, true. Also, vor allem Max Herz haben wir jetzt nicht. Nee. Ja, ich mein, ich kann noch mal gucken, ob ich's noch mal krieg, aber... Jetzt hab ich so... Plattenschuhe. Hier ist wieder der... Ja, da ist der Magier. Wollen wir hier Treppe hoch? Ja. Ja, können wir hier links? Ja, hier kommen wir auch links weiter. Ich glaub, wenn wir mal die Map ist, ist auch richtig gut. Also, ne, dann weiß man ja... Ja. Es ist halt so übelst verwinkelt, deswegen weiß ich... dass dieser Ranger so feier ist. Ich bin schon sehr effektiv. Stätig und ich uns da so hinhocken. Ja, Zone ist da drauf. Okay, Alter, ist das nervig. Naja. Ja, ja. Okay, hier sind noch mehr Gegner. Lass uns einfach mal versuchen, direkt rauszugehen. Scheiß auf den Boden. Ich würde ihn überholen. Oder? Bei... Ah ne, ohne Zähne. Okay. Genau, einfach so. Ich mein, die können halt... Es stellt sich nicht damage'n. Irgendwas. Ja, ich glaube, die Schilde haben halt wirklich ne Hitbox halt von ihrem Umfang, weißt du? Also, ich glaube, wenn die so den Kopf drüberhauen... äh, auf den Kopf drüberhauen oder mit den Arm erwischen... Ja. Oh, das war... Nee, nee. Hier, nimm mein Herz mit. Ja, ist da direkt dein Filet wieder gefressen, oder? Ja, klar. Mein Gott. Das ist... Ja, wenigstens es kommt. Wenigstens, dass du entkommst. Ich hol dich jetzt noch irgendwo. Oh. Was ist hier los? Hm, was ist hier los? Also, alleine ist hier wirklich unschaffbar, oder? Das... Ja, weiß ich nicht. Wie willst du das alleine... Also, wirklich. Also, es haben auch ganz viele Leute geschrieben, dass, äh, es alleine unschaffbar ist. Ah, noch nach! Was dann fast nicht machbar ist. Wobei du bist fast in der Mitte, glaub ich. Ah, ne. Stimmt gar nicht. Also... Ja. Weil die Räume sind ja gleich mit ihren, äh... Mit ihrem... Gegner-Layout. Ich glaub hier links ist gleich das Portal... Ne, was ist denn das hier links? Ne, 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 ne. Das ist so ein Special-Raum. Vielleicht kann er da... Vielleicht kann er da wieder... Vielleicht kann er dich da wiederbleiben. Ich seh auch kaum tote Spieler, ne? So, also irgendwie... Oh, wie auch schlucken! Ist ja riesensinnig. Ja, dann stell' mal vor, man hat ne heftige Waffe, mit der man reingeht, ne? Ja. Ja, ich glaube halt das Anfangsverkündnis halt übelst scheiße. Ab mit Wuddendor. Oh, knacken wir auf den Laden. Oh! Du wirst so gefickt, wenn du da reingehst. Direkt wieder 20.000 Leute. Oh mein Gott, Alter. Ja, alleine ist doch geil. Oh ne Mami. Ne Spinnen-Mami. Omero. Ja, wenn die nicht mal One-Hits sind, du bist so tot, Digga. Ah! Ah! Ich hab halt keine Chance, wenn die so schnell sind auch. Ja, klar. Kommt schon der nächste Herbert wieder! Oh ne! Oh, geil! Ich kann halt jetzt noch nicht nachladen. Das du halt nachladen musst, auch geil. Nachladen für den Bogen, ja. Ja gut, musst du halt irgendwie balancen, ne? Klasse. Ja, das ist wohl neuer. Alter, einer hat mich abgeschissen. What the fuck, ey. Ja, ist perfekt. Ja, Türen sind halt OP. Ja. Ins Loch und dann schab links. Oh, das ist ein Portal! Ne. Doch. Oh. Ihr Loot vorher, oder? Ja, ist aber leider schon alles gelesen. Aber es ist nicht markiert auf der Map. Geht doch durch, oder? Ja, ja. Da war ein Spieler. Okay. Und jetzt hast du dich einmal verpisst. Okay. Aber, okay. Das war halt weder auf der Map markiert, noch, also keine Ahnung, ne? Woher das jetzt kam. Ja gut, aber das ist ja z.B. bei Tarkov auch so, dass du die Ausgänge finden musst. Das ist ja okay. Ja, okay. Aber, ja, die Frage ist, ob es da immer ist. Ja. Das Portal. So, jetzt habe ich hier so ein paar Sachen. Das sah jetzt ziemlich random aus. Ja. Jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwas drauf... War ja nicht so im Level-Design integrieren, wirst du? Ne, 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 ne. Das war jetzt einfach so random, so ein Ding auf dem Boden in dem Gang. Ja, krass. Du bist entkommen. Das ist ja der Wahnsinn. Bauch. 3 6 10 10 Vielen Dank.